Jeder kann kommen, keiner muss gehen. Sie bürgern im Akkord Neue Wähler ein, verschaffen Illegalen über das Chancenaufenthaltsrecht eine Scheinlegalität. Ihr Abschiebungsbeschleunigungsgesetz ist ein Abschiebungsverhinderungsgesetz, wenn der Steuerzahler abgelehten Asylbewerbern auch noch einen Anwalt bezahlen muss, um weiter gegen die überfällige Ausreise zu prozessieren. Mit dieser Politik treiben Sie die Kommunen in die Verzweiflung, sprengen die Sozialsysteme, verschärfen die Wohnungsnot und untergraben die innere Sicherheit. Aber vor allem, sie nehmen den Deutschen ihre Heimat. Wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen wir ihn als rechtsextrem. So werden seit Wochen Bauernproteste, Bürgerproteste, Proteste von Mittelständlern diffamiert. So wird die Oppositionspartei Alternative für Deutschland diffamiert mit übler Nachrede. Ich kann Ihnen sagen, das wird uns nicht schaden, das wird uns auf Dauer stärker machen. Das wird uns auf Dauer stärker machen. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland. Das wird uns auf Dauer stärker machen. Schließen möchte ich mit einer neuen Bauernregel. Wer nichts weiß und wer nichts kann, der schließt sich dann den Grünen an. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017